Mein Name ist Ramona Denzer, ich arbeite im Betagdozentrum Laupo im dritten Lehrjahr. In meiner Freizeit treffe ich mich meistens beim Fischen, beim Pilzen sammeln, auf den Ski und mit meinen Freunden unterwegs. Mein Kochvorbild ist der Flynn & Gary, weil es mich sehr beeindruckt, was er in seinen jungen Jahren schon alles erleben durfte und erreicht hat. Zu Ballermann und Schlagermusik kocht es sich am besten, weil es mich motiviert, entspannt und es gibt mir direkt gute Laune. Für die Küche habe ich nicht ganz alle Freude, aber sie hören es immer. Ich würde sehr gerne mal auf Amerika arbeiten gehen, weil ich gerne die Lebensmittel und Küche von dort lernen würde. Das Erste, was ich nach Corona mache, ist wieder einmal an eine Kirche zu gehen. Ich gewinne den Gusto, weil meine Kreationen und Kombinationen sehr gut im Geschmack sind und ich daran glaube.